Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Dust, hier mit eurem Chit-Ding natürlich und wir bewegen uns jetzt in Richtung letzte Villa und von dort aus werden wir dann hoffentlich siegreich sein gegen den nächsten Boss und ja, was letztes Mal passiert, letztes Mal haben wir die dritte Villa abgeschlossen, haben unsere Waffe ein bisschen gneistiger gemacht haben ein bisschen checken gefarmt, checkfarm ist immer gut ja, und jetzt bewegen wir uns auf die letzte Villa, wo wir unser letztes Gadget holen sollen für unsere komische Freundin ja klar kein Bock auf euch Leute keine Lust gehen wir nicht auf den Sack das Ding macht so wenig Damage, man, dieses fidget Scheiß-Teil, das kann ich mir so viel an, ich muss so weiter machen ich muss wieder unnötig healen wegen bei euch, ich hätte so viel Scheiße am Parade ich muss jetzt sowas machen ich kann den Sporn nicht treffen, man außer mit diesen anderen Scheiße-Kacken wahrscheinlich ja, mit dieser Kacken fit und Scheiße ich habe keine Lust zu haben die einfach zu WEAK ist für mich eine WEAKling-Attacken das ist halt cool um zu farmen hier, aber ich habe keinen Bock mehr hier zu farmen jetzt genug Alter komm mit Spaß nicht angreifen, Mann komm mit na also einmal mit Profis arbeiten einmal mit Profis arbeiten ah, der ist schon tot ah, okay dann gehen wir nach oben und dann gehen wir nach oben uuuh, Level Up nice ähh wir skil in Fidget ähh das ging besser als erwartet ich muss nach oben ich muss nach oben alles einsamen einmal durchschieben einmal durchschieben und einmal nach links laufen dann mal nach unten schäuern ach so ah, gut, ich war kurz sehr verwirrt aah god ich muss mal speichern und wir schon mal hier sind, falls wir sterben So, jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir da nach oben, irgendwie, irgendwo, irgendwann, aber ich weiß noch nicht wo und wann. Es geht, Alter. Ja, ich muss da nach oben. Komm ich da nach oben, in Richtung Himmel. Ah, hier, nice. Das ist scheiße, sowas. Ich kann kotzen. Huh? Alter. Toll, ich habe 130 Leben, toll. Wow, jetzt ging spät. Klar, warum nicht? Lolololololololololo. Ach, meine Fresse, Mann. Ja, also. Alles easy Hey, ich will die Würmer haben Toll Get rekt, get rekt, get rekt Okay Garstigen Zombies Das ist echt abgefuckt hier, so ein Rang Das gefällt mir gar nicht Fuckt mich hart ab Wie sind die Dinger nur ein 2-Hit? Die Motten oder Larven oder was es sein soll Gehen nach links Boah, nicht du schon wieder Nein, 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 ich werde dich töten Okay, wir scheißen auf den Gegner Der Gegner stinkt Der Gegner macht mal wieder keinen Sinn So wie vor schon Zwei oder drei anderen Folgen Weil dieser Gegner einfach keinen Sinn macht Richtig der dümmste Gehen einfach durch Machen Alles ist gut Die letzte Die letzte Aufnahme Lieb so reibungslos Alles war cool Alles war richtig Richtig wieder schön Und alles Und jetzt hast du hier Ranken Was einfach Richtig Dumm ist So Alter, die töten mich bestimmt gleich Okay, alles ist gut Easy piercen Alles gut Aha Welcome, welcome Notiz Immer wenn ich es schaffe, den Friedhof auf den Sorgenwiesen zu besuchen, knie ich an ihrem großen, übersehten Grab nieder eines Tages mit meiner Hingabe erkannt werden Okay, toll Ich dachte, hier oben ist ein Chicken oder sowas, dass ich mich mal hielen kann Alter, will der mich verarschen? Verarschen, ey Na klar, ich habe mich aus Was ist das für ein Sohn? Fuck you Piece of shit Oh, ich will zum irgendwas healen, nein, 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 bitte nicht angreife! Das Spiel ist einfach behindert, da kann man nichts dran ändern Und das Spiel will, dass du stirbst, dann stirbst du einfach Ist einfach, ist okay Es ist okay Diese Stachelranken liegen richtig behindert, aber es ist okay Also diese Ranken sind ein richtig edles Feature Also das ist echt so cool Oh, ist das herrlich Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay Mach einfach wie du meinst Spring nicht weg, du Idiot, sondern stirb So, das war schön Ich geh da oben jetzt nicht nochmal hin, ich hab keinen Bock die Notiz mir zu holen Oh, nee, jetzt ist er weggesprungen, scheiße Okay, wir gehen jetzt langsam durch, zerstören die einfach alle Weil wir es einfach so drauf haben Ja Ja Keine halben Sachen mehr hier Die sind ja alle getötet, erst mal Bevor wir hier weiter gehen Bam Kill, kill, destroy, destroy, destroy Yes Komm schon Hier muss das eine sein Irgendwo 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 Ein Speicherpunkt Komm auch Hälter Kaka Und Und ne Suppe Nice Du E 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 Es ist egal, irgendwas zu fressen Das ist immer nice Glaube hier ist eine Bildung Oh ne, ich hab hier gar keinen Bock Oh ne Ne Ich hab keinen Bock auf dich, ey, ganz ehrlich Biss dich jetzt Ah Good job Och ne Der ging doch so scheiße, man Absolut no verlangen Noch einer Klar, warum nicht noch 10 15 40 am besten Get rid Get rid Stirb Schnupper Gas Böse Wicht Okay, es geht einmal nach oben Und nach links Finde ich ja so gut Okay, okay, okay Okay, okay Ah, da oben ist auf jeden Fall Ein Händler Hallo Händler Ich brauche Zeug Am besten Okay, ich brauch Futter auf jeden Fall Weil hab ich jetzt Bock drauf auf Futter Tausende ist vielleicht nicht unbedingt Viel kosten die Hotdogs 22 Fünf Stück gönne ich mir mal So, 680 Leben Bist du jetzt gehen wir jetzt nach oben Oder gehen wir nach links Weil wir können irgendwie gar nicht nach oben Erstmal irgendwie Gut, wir gehen erstmal nach links Sehr geschmeidig Okay Okay Okay, da kann ich so nicht durch im Sprung Gut zu wissen Okay, da geht's nach oben So, die sind aufeinander genommen Die sind aufeinander genommen Okay, hier oben ist anscheinend Port Ding Hier können wir schon mal speichern Das machen wir auch kurz Gucken wir Ah, hier ist die Villa Ja, nice Cool, da müssen wir gar nicht irgendwo anders hin Ne Kiste Ne Kiste Und ne Kiste Und ne Blueprint für irgendwas Was ist das für ein Blueprint? Noch mehr Damage Ach, scheiße, was brauchen wir da? Können wir das kaufen? Das können wir nicht kaufen Und das für Satan Okay Not bad Okay, hier ist die Villa Oh, 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 da gehen wir rein Und sterben wir gleich Oder auch nicht Okay Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, bitte lasst mich in Ruhe Oh, bitte, please no touching of the Great One I'm the greatest Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh fuck Oh shit Auf das Chicken und alles Ich bin hier einfach nur weg Oh nein, nein, nein Oh shit Oh shit Oh, bitte keinen Ranken Oh bitte keinen Ranken Oh bitte keinen Ranken Oh bitte keinen Ranken Oh, weg, 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 weg Das sind alle von ihnen. Ich fühle mich ein Pattern mit diesen Sachen, aber wir lassen Korra erklären. Und wir zurück in das Zentrum des Meadow. Wir haben es geschafft. Oh nein. Ich habe dich ja gar keinen verlangen. Ah, jetzt können wir locker floppig ins Boot gehen. Das macht Spaß. Zack. Einfach so. Zur Seite mal. So. Das freut mich. Ob wir hier unser Chicken haben. Gehen entspannt einmal zurück. Keine Panik. Auf der Titanic. Danke für den Schlüssel. Ach. Ach ne. Ach ne. Na also getrackt erst. So. Er hatte nicht den Hauch einer Chance uns zu berühren. Zur Seite mit dir. Geh mir all diese Shit. Vielen Dank. Für die... Ach ne. Kann ich porten? Ja kann ich gut. Äh speichern. Porten. Ja ja. Wiesen. Ähm. Mäßiger Anfang. Einfach hier und dann nach rechts laufen. Alles ist gut. Zungenwiesen in the morning. Ah. Und dann können wir beschwönen diese scheiß Höhle und den Spass töten. Stimmt. Die Höhle war ja versperrt. Weil wir nicht den Stuff hatten. Ähm. Ja. Ich würd sagen. In der nächsten Folge laufen wir dann zu der alten. Weil vielleicht Sagi uns da was hin. Wuhh. 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 Wuhh.